Ireland Baldwin machte Urlaub in Idaho und sie zeigte einige hübsche Bilder von sich und ihrem Freund Slated Shoot auf Instagram. Es sieht so aus, als ob die beiden den Unabhängigkeitstag im Wasser verbracht haben. Der professionelle Paddle Surfer und das Bikini Model sind wirklich ein tolles Paar. Die 17-Jährige zeigte ihren trainierten Körper in einem leuchtenden Bikini und Slated Took passende Badeschorts. Baldwin gab ihrem Freund einige Küsse vor der Kamera, während sie auf dem Board standen. Die beiden sahen begeistert aus. Sie sagte dem People Magazine erst vor kurzem, dass sie niemanden vorher in ihrem Leben getroffen hat, der so außergewöhnlich ist. Das ist echt süß. Ireland ist die Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger und sie schlägt auch Wellen in der Welt der Models. Sie hat bei IMG Models unterschrieben und sie macht es auf die Titelseite des Modern Luxury Beach Magazin. Sie genoss den Unabhängigkeitstag mit ihrem Freund und sie machte den Urlaub, den sie brauchte. Offenbar hatten die beiden wirklich viel Spaß miteinander.